Was haben wir denn da? Schau, gefällt dir das? Hübsch nicht, wa? Schau, gefällt dir das? Schau, gefällt dir das? Schau, gefällt dir das? Der Weg ruft, guter Mann. Unsere Gefährten erwarten uns. Erkennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, er weist sich als würdig und kann auf den Pfad auffrechen. Hm? Ihr hattet wohl einen produktiven Abend. Mit einem Schnäpschen. Natürliche Auslese bei der Arbeit. Hm, ich hab seit einer Weile Lust auf Mahakam-Schnaps. Nichts brennt so wie der. Hm, und ne kräftige Fahne habt ihr auch. Ja! Prost! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hatte gehofft. Ich hatte gehofft. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit Anseln zu müssen. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Nicht alleine trinken üben. Das bestärkt nur die Fehler. Ja. Hör zu, Wissender. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Nörgel nicht. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Hm. Tolle Geschichte. Sehr poetisch. Und ne Moral hat sie auch. Verdammt! Lambert, spiel nicht den Helden! Alles gut, alter Mann. Hm. Nicht schlecht. Raus hier! Allesamt! Überleg's dir nochmal. Die geben nicht nach. Also gut. Ich brauche nur eine Nacht. Treffen wir uns in der Herberge. Sehr gut. Die Nacht ist noch jung. Wir haben genug Zeit, über alles zu reden. Lambert, verdammt! Ich bin zu alt, um hinter dir nachzujagen. Du hast die Antwort doch gehört, Lambert. Außerdem geht's uns nichts an. Gut. Lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick. Nicht auszuhalten. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Hm. Immer das Gleiche. Also gut. Zurück zum Glück. Zum Glück. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020